wo ist diese aussage falsch jetzt mal jetzt mal ernst wo ist diese aussage falsch dass es mir im spiel nur um spaß geht wo ist die aussage falsch wenn du ein single der spielst ist die aufnahme sehr schön die aussage aber wir sind multiplayer da haben wir spaß in dem wir weiterkommen wenn eine person dabei ist ja alles egal ist dann kriegt nicht vorbei wenn man jetzt ein spiel spielt wie terraria zum beispiel und dann sagt ist es mir egal haupt sachen ganz so mein zitat gewesen man ist es doch auch bei multiplayer spielen wo man miteinander oder gegen einander kämpft geht es doch trotzdem nur um spaß wenn du wirklich ernst spielen willst wenn du wirklich die angsthaftigkeit willst dann spiel halt echt league of legends oder halt aufs meid so wie ich sage oder wie du gesagt und spiel da rent oder spieler bringt ist okay wenn ich sehen wie du gut spiel verspielen ja anders mal ich werde mit dir definitiv kein wenn ich spiele in kein spiel weil ich hab weil ich mein spaß haben will in den spiel ich habe mir denkt auch mein spaß ja du aber nicht ich war bis inzwischen mal hier also weiß nicht ich stand doch vielleicht auch kurz afg herum weil ich auf dich gewartet hatte tut mir leid dass du dann einfach vor wenn wir kommen jetzt ein koren ja komm her nicht so dumm das ist gleich komplett allein machen heute mache ich auch gerne schaffe ich auch alleine das ist ein wudodämon den für dich jetzt dann werde ich die wudopuppe halt direkt rein und mache einfach alleine ist auch unordentlich wenn du meinst den zu machen weil ich selber eine wudopuppe haben will her denkt besser mehr haben als dass wir hier mal fehlen und dann nicht weitermachen können so ich stehe bereit ich habe noch kein ja ich habe jedoch diese schuhe teile gegeben einige ich habe vielleicht selber andere sachen drin für andere sachen damit ich in dem besser bin immun gegen flüche schild dass ich immun gegen rückstoß bin dass ich fliegen kann dass ich mehr mana habe und dass ich höher springen kann ja werde ich schon groß wenn ich auf den buch also was heißt groß wenn ich gucke wie viel wir eigentlich haben und noch da ist ja wenn du zeit hast wenn du links auf die map oder siehst du ja im untergrund ja auch so ein bisschen grün alles was du aufgedeckt hast sehe ich hast recht habe ich vergessen das wollte ich halt mit ihr zusammen machen hallo was hast du da süßes baby kobold süß und die die item sagt warte nur bis das sein zweites jahr erreicht bis er sein schreckliches zweites jahr reicht keine ahnung was das bedeutet ich habe selber eine gute puppe der soll sie reinschmeißen ich oder du ich wachkost tränke das nehmen mich ich wüsste wie schnell bin ich nicht gut soll ich einschmeißen let's go hat denn noch 8000 leben auch wow das hätten wir ja easy gepackt jawohl jawohl Hör auf, Lava! Ja, okay, ja, okay, mich weiter, bevor ich nicht mit mir drinne bin. Okay, ich bin raus. Oder auch nicht. Kalt dran, kalt dran, ich will da rennen. Oh, ist das auch alleine? Fleischwandmaske mal bekommen? Oh, was ist das? Blammkracher. Oh, wow, danke. Du hast unsere Welt noch schlimmer gemacht. Entfessle die alten Geister von Licht und Dunkelheit in deiner Welt, sodass noch stärkere Gegner erscheinen und die Welt mit glitzernden Schätzen in Klammern und Regenbögen überziehen. Ist doch gut, glaube ich. Mehr Blut oder so. Dass wir eine stärkere, dass wir gegen stärkere Gegner kämpfen müssen. Gegner sind ja auch. Wenn ich jetzt alleine schon zwischendurch Probleme mit einigen Gegnern habe, weil mein Game so scheiße ist. Ich bin jetzt nicht wirklich gerade stärker. Aber jetzt sind hier so Würmer in der Lava. Das war schon beim Boss gewesen. Ja, ja, ja. Beim Boss war voll wahnsinnig. Richtig noch ein paar Mal machen, denke ich. Was, wenn es nur ein einmaliger Boss ist? Hm? Was, wenn es nur ein einmaliger Boss ist? Ja, dann machen wir den doch einmal! Was, wenn man dreimal bei dir wieder Sachen wiederholen muss? Dreimal wiederholen muss! Yeah! Ich hab nur so eine Pfeilte. Psch, 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 psch. Nur abguckt, ob sich das hier lohnt. Ja, wollte ich nicht gucken. J4 läuft den Weg, das lohnt sich nicht. Aber es lohnt sich. Und ich hab gesagt, warte doch. Ich warte doch hier! Weil die sind stark. Ich bin gleich tot. Boah, ich hab 10 Gold getroppt. Ich weiß, die Viecher. Lol, die, 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 die schweigen grünes Zeug. Ja. Unleuchtbare Flamme, oder wie das heißt. Äh, verfluchte Flamme. Das droppen die auch. Also, die hatte ich gekämpft, ja. Das ist ja wieder viel heiß. Was ist da? Oh, Ijo, hier sind Schleime. Ich werde dich einsetzen. Ein langsamer Turm mit... Oder? Ja, ich hab nur ein NPC getroffen und hab mir Sachen verkauft. So. Aber trotzdem müssen wir dich doch one shoten, sobald sie dich two shoten. Du hast bessere haltensfähig. Ich hab dir durchgehend bessere haltensfähig. Ich hab dir durchgehend bessere haltensfähig gegeben. Das weißt du, ne? Okay, die macht dir auch viel damage. Aber wahrscheinlich reden wir nicht von den selben Gegnern. Ein Jojo bekommen. Ich geb dir meinen anderen Jojo gleich, weil ich hab ein... Ich geb dir den besseren. Nee, ich geb dir den besseren. Aber der ist gut. Du musst... Du musst eigentlich nur gedrückt halten, um fertig zu sein. Du kannst ihn länger machen, kürzer. Du kannst Nahkampf oder Fernkampf damit machen. Ja, dafür hab ich meinen Penus, alles gut. Die Seele ist da, aber das ist ja schon länger. Ah, Dschungelkriecher, den hab ich nicht gesehen. Hä? Der war rechts von mir, wie war... Hm, egal. Habe ich den Wurmenloch trank? Der lag hier unten. Äh, unten. Unterhalb. Marathon... Achso. Ich bin... Meilen... Nee, ich kann... Ich hab den doch aufgehoben. Und was ist das da unten jetzt auf einmal? Ich hab den doch aufgehoben... Nee, ich hab ihn nicht aufgehoben, weil ich direkt, äh, zu dir hoch wollte. Mechamisches Auge... Aaaaah, wir haben einen neuen Boss! Die Zwillinge! Ich weiß nur, wegen den achievements, dass es ein Boss ist. ok warst du den jetzt gesehen ich habe mich ja ich habe ein mechanisches auge bekommen und da steht ruft die zwillinge herbei jeder warte nicht ohne mich machen ich war da muss man ich glaube das muss man über nacht in über der erde machen ich glaube das ist genauso wie auf kthulhu ich denke auch ich will hier unten ist halt ziemlich safe warum selbst spielen wenn man einfach einballern kann weil ich überlegen will nein ich habe ein baby kobold verschwinden lassen ich habe halt nur angst ein auf volles risiko zu machen und dann laufe ich an den boss randen lassen aber er bringt uns nix danke für die wutepuppe ich habe was gefunden was da aussieht wie honig soll ich mich zu dir hin teleportieren oder den frank aufbewahren ja dem was für richtig hält ich bin halb safe also ich meine ich werde ich sagen ich dürfen aber eigentlich okay ich habe schon erledigt gerade man kann die wespen näste auf zerstören das von aber kleine wespen raus warum bist du so weit hinten gespawnt ich habe den nicht mal gesehen das ist unfair jetzt muss ich wieder komplett zurück warum sind skelette als leisten die dinger als folgen ich weiß es nicht geht mal wieder mit unserer verderbnis frau ob mehr verderbnis gespawnt ist okay ich wurde ein bin direkt weg des hervenden dj 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017